Musik Okay, dann führ uns mal ins Abend, hör hin, wo sind wir und warum sind wir? Das hatte auch, naja, gut. Dann würde ich einfach mal sagen, wir fangen langsam an. Chat habe ich offen, kann ich theoretisch darauf eingehen, nur zur Info. Was für ein Chat? Dein. Ja, wie gesagt, was für ein Chat? Ja, genau, genau der. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Und zwar befindet ihr euch momentan auf der Ignis Station in dem, ja, im Grenzgebiet zwischen eurer Starshield Division und dem ganzen menschlichen, nennen wir es mal Imperium. Die haben sich nämlich keinen ordentlichen Namen gegeben, zumindest keinen, den ihr wisst. Okay. Ihr seid da momentan stationiert worden, weil euer letzter Captain es geschafft hat, sein Schiff zu verlieren. Und zwar nicht, wie man sich's vorstellt, in irgendeinem Gefecht abgeschossen worden oder so. Nein, bei einer Routine-Mission hat er sich gedacht, okay, wir sind jetzt ziemlich erfolgreich gewesen und wir haben noch Zeit. Lass doch das Ganze mal feiern. Und dann, am nächsten Tag, haben sie das Schiff nicht mehr wiedergefunden. Die Wüste von dem Planeten wird nach wie vor durchkämmt. Das klingt nach etwas, was uns auch passieren wird. Ja. Übrigens, ja, die Tarnvorrichtung war noch an. Das ist auch absolut möglich. Was genau passiert ist, wisst nur ihr, wisst nur, euer Captain wurde jetzt erstmal zum Kloschrubben verurteilt. Für die nächsten mindestens drei Monate. Okay, also ich werde also am Ende zum Kloschrubben verurteilt werden. Potenziell. Okay. Deshalb wurde der bedauerlicherweise höchstreinige von euch, was in dem Fall euer Arzt ist, erstmal ins Büro vom hier verantwortlichen... Das war laut den Regeln der Föderation oder der SSD. Nein, die Regeln bestimme ich. Du hast ja nichts zu bestimmen. Ich frag's, es war ja, laut den Regeln war ich der Nächsten, der Nächsten, der Nachfolger, der da... Ja, bedauerlicherweise. Der... Offensichtlich. Wie genau wissen wir nicht? Der SSD. Wie genau wissen wir nicht? Dein Abschluss besteht auch aus einem Blatt mit Wachspalkreide. Okay. Aber es hat niemand hinterfragt. Naja, ich bin kein Mensch. Ich hab wahrscheinlich keinen Rang. Das ergibt schon mal Sinn. Ja, du kommst auch sowieso neu dazu. Sag ich schon mal direkt. Okay. Ja. Auf jeden Fall, du wurdest jetzt gerade ins Büro vom hier ansässigen Admiral beordert, damit erst mal alles soweit besprochen wird. Und hier steigen wir auch direkt ein. Okay. Du kommst durch die Tür. Ich bin also, ich bin also am Kapitäns- oder am Admirals-Kajüte, also am Admirals-Büro und... Du bist gerade im Büro, ihr seid gerade auf einer Station, ja. Ich schlängel mich so ein bisschen an der Tür umher und bewahrt so ein bisschen darauf, dass ich eingelassen werde. Also ich bin da so ein bisschen... Ich häng, ich häng, ich häng mehr an der Wand, als dass ich davor stehe. Also ich bin da so ein bisschen... Ich mach da ein bisschen... Ich mach da ein bisschen... Du spielst Gekko. Und ich bin... Gekko könnte ein Teil meiner... Könnte ursprünglich vielleicht ein Vorfahre von mir gewesen sein. Also das ist ein... Ist so ein bisschen Gekko drin und so ein bisschen Tentakelmonster und so ein bisschen was anderes. Ein bisschen Mensch ist auch nicht dabei, deswegen... Sehe ich als kentuman aus. Klingt ja super. Ich warte darauf, dass mir jemand hier reinruft und häng ich an. Ja, die Tür ist, wie ich schon dreimal gesagt habe, offen. Du wirst erwartet. Du stehst momentan neben der Tür. Die Leute, die vorbeigehen, gucken dich ein bisschen seltsam an. Ich stehe... Und gehen dann ohne was zu sagen weiter. Ich stehe weniger neben der Tür, sondern ich hänge so an der Tür und gucke so ein bisschen rein. Das interessiert die Leute, glaube ich, nicht. Nein, bei ihm nicht. Ich kriege... Hände sich anders. Also ich betrete die Tür von der falschen Seite, also von der Decke aus. Und krieche über die Decke in den Raum rein. Und lande und lande vor den... Und springe von der Decke und lande vor dem... Lande vor dem... Offizier oder vor dem General, der da ist, so vor seinem Tisch. Ich mache einen eleganten Sprung und stehe dann auf meinen... Zwei Unterfüßen dann vor dem Tisch. Melde mich zum... Melde mich zum Dienst oder... Melde mich... Was wollen Sie von mir? Ja, dann würfel bitte einmal aufklettern. Dann würfel bitte einmal aufklettern. Ah, sehr schön. Ich hoffe, er ist jetzt runter. Du wolltest... Okay. Klettern... Das habe ich gerade so um zwei Punkte verfehlt. Ja. Ich lande also sehr unsauber auf der... Bei ihm. Du kletterst... Du kletterst an der Decke lang. Also es klappt so, wie du es gern hättest. Du springst ab und landest quasi kopfüber auf dem Stuhl, der für dich bereit steht. So dass deine Füße nach oben schauen. Ich bin ein bisschen nervös, dass Mr. Willis ist halt ein bisschen... Ja. Das kann mal passieren. Okay, ich drehe mich um und setze... Und... Richte mich... Richte mich auf, dass ich richtig umsetze. Okay, das ist gut. Dann... Was wollten Sie von mir, General? Schön, erstmal falschen Rang ansprechen. Passt. Gut, dann siehst du erstmal ihn. Oh, okay. Ja, ich habe Charakterbilder. Charakterbilder. Ich war zu rauf, dass er mir... Ich habe Charakterbilder vorbereitet. Ich war zu rauf, dass er mir antwortet, was er von mir will. Ja. Er guckt erstmal... So ein bisschen durch seine Akten. Dann habe ich gar kein Papiersort hin. Schade. Ich spiele nervös in meinen Händen mit einem Knochen, den ich in meinem Börtel hatte. Ich spiele da so ein bisschen mit ganz nervös und sitze vor ihm und mit großen, aufgesperrten Augen und spiele mit einem mittelmäßig großen Knochen. Gut, er guckt von seinen Akten auf, guckt dich von oben bis unten an und dann fängt er an, mit dir zu reden. Ah ja, ähm... Doktor. Schön, dass Sie meiner förmlichen Einladung gefolgt sind. Wir wissen ja alle, wie Sie für gewöhnlicher zu unseren Regeln stehen. Keine Antwort, okay. Ich bin ganz nervös und stets dort da und lautsche gespannt. Okay, Antwort genug. Ich habe Sie herbeordert, weil ich einen Spezialauftrag für Sie und Ihre Crew zu vergeben habe. Den Sie bitte ausführen. Sie erinnern sich ja noch an die Situation mit dem Schiff und daran, wie viele Ressourcen die Suche danach derzeit immer noch frisst. Keine Antwort, gut. Antwort genug. Ich höre ihm ganz gewandt zu und gucke ihn mit großen Echsen Augen an und das Wort Essen hat bei mir so ein bisschen was, so ein bisschen leicht getriggert. Also ich bin, Avengers sabre ich auch ein bisschen, ähm... Alles klar. Das Wort frisst, also die, was das für anstrengend frisst, hat mich ein bisschen getriggert. Also ich war trotzdem gespannt. Ich sabre vielleicht ein bisschen, aber ich gucke ihn. Also ich, ohne zu blinzeln gucke ihn, also ich gucke ihn wirklich, ich gucke ihm direkt ins Gesicht von Steinen, wirklich. Also ohne die Miene zu verziehen. Du versuchst ihm die Seele zu starren. Ja, ich versuche ihm die Seele zu starren. Warte auf weitere Instruktionen. Alles klar, du wirst, du wirst sehr kompetent momentan. Lass jetzt mal gesagt sein. Aber gut. Es scheint ihn nicht großartig zu interessieren. Vielleicht kennt er dich schon. Kann durchaus sein. Dein Name ist, dein Name ist bekannt. Also, der Auftrag wird es sein, mit einem kleinen von uns präparierten Schiff, einen Mann von hier zu einer Forschungsstation zu bringen. Haben Sie das verstanden? Wer ist der Mann? Ich melde mich erst das Erstmalswort. Ich zuste so ein bisschen, rechts, dieser Mann. Wer ist das? Wer ist das? Das ist eine gute Frage. Der Mann, die Frage, ich hätte ihm nicht zugetraucht, dass sie darauf kommen, jemanden danach zu fragen. Beeindruckend. Okay, entweder hängt der Stream oder das Bild wurde noch nicht geladen. Das Bild wurde geladen. Dein Internet scheint scheiße zu sein. Okay. Man, ich finde das scheiße. Alles klar. Ja, bitte nicht auf den Stream gucken. Wenn irgendwas off ist, dann sag ich das dir schon. Keine Sorge. Okay, nicht ablenken vom Arter. Ja, bitte. Wer ist dieser Mensch? Ich bitte darum. Ist das ein Mensch? Ist das ein Tier? Nein, es ist kein Mensch. Es ist ein Flugzeug. Es ist Superman. Nein, es ist auch kein Kryptonian. Die sind momentan schwierig. Was für eine Art Wesen haben wir hier als begleitende Person? Der Mann ist unser mit Abstand bester Biologe und Evolutionsforscher und sie sollen ihn auf die Forschungsstation auf Kosiri 7 bringen. Das Problem an der Sache ist, das liegt nicht mehr in unserem Hoheitsgebiet. Daher ist ihr besonderes Talent besonders gefragt, weil sie wahrscheinlich als einziges unauffällig dort durchkommen, ohne größeren Schaden anzurichten. Stein weiter ruhig an und warte noch auf weitere Instruktionen, was das ist. Also ich habe gefragt, welcher Spezies gehört da an? Ist das ein Mensch? Ja, das ist schön, dass du das gefragt hast. Du hast bekommen, welche Antwort er dir gibt. Er ist Biologe. Biologe. Ich steine an und ich frage nochmal, was für ein Wesen ist diese Kreatur, die wir begleiten sollen. Können Sie uns das sagen? Das werden Sie schon früh genug selbst herausfinden. Okay. Na toll. Die Koordinaten zum Zielpunkt der Reise, die... Sind bereits in dem von uns zur Verfügung gestellten Schiff hinterlegt. Ah, okay. Sonst noch was? Den Rest werden Sie später erfahren. Okay. Ich gehe recht in der Annahme, dass Sie bereit sind, diesen Auftrag anzunehmen. Ich nehme... Ich nikke ihm... Ich nikke ihm... Ich nikke ihm... Heftig zu. Also... Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte angefasst. Das... Ich nikke... Ich nikke mir geistert zu. Sehr, sehr intensiv. Sehr gut. Er greift kurz in seine Tasche und... Und legt so eine Art Schlüsselkarte oder ähnliches mit einem Knopf auf den Tisch. Punkt. Ich nehme dir das Ding an mit. Ich greife danach und stecke das mir... Irgendwohin. Du steckst es dir hin. Du steckst es... Ich stecke das mir zwischen... Ich stecke das mir zwischen... Ich stecke das mir zwischen... Eines der ungebundene Handtücher. Also es steckt mir das irgendwo... Ist das da... Okay, es... Es steckt. Gut. Was ist das Ding, das ich mir das... Einschreiben kann? Als Inventar? Schreib dir einfach mal... Auf... Schiffsschlüssel. Das solltest du auch kennen. Eigentlich. Okay. Eine Schlüsselkarte. Ja, eine Schlüsselkarte. Damit du da überhaupt reinkommst. Ja, ähm... Ich mache einen großen Sprung an die Decke und klettere so raus, wie ich wieder reingekommen bin. Dann über die Decke. Gut, er sagt dir noch, als du... Er sagt dir noch, als du rausgehst... Ich hänge an der Decke. Die ihnen zugeteilten Crewmitglieder sollten bereits am Schiff warten. Viel Glück. Okay. Ich gucke... Ich drehe mich... Ich drehe mich Gekko, als ich zu ihm umgehe, gehe noch mal Zug und drehe mich um und klettere an der Decke... An der Decke... Oder den... Das... Aus dem... Verkehrsherum aus dem... Aus der Kalüte raus. Würfel auf Klettern. Ich würde sehr gerne noch... Ähm... D100. Äh... Okay. Ich kann nicht würfeln. Ein D100. Das habe ich nicht geschafft. Ja, kannst du. Ach gut. Du kletterst an die Decke. Kletterst einmal an der Decke lang. Kletterst auf den Boden und kriegst auf den Boden durch die Tür. Ja. Dann zischt dabei ordentlich. Ja. Wenn du dich umdrehen würdest, würdest du sehen, dass er nur den Kopf schüttelt. Als die Tür zugeht. Okay. Ähm... Bin aus der Kabine rausgekommen. Aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, stelle ich mich auf zwei Beine und laufe so weiter. Und schläge beim... Also beim Verlassen... Wo bin ich eigentlich? Auf die Station? Oder wo ich da gerade bin? Also beim Verlassen des Gebäudes... Hol ich mein menschliches Gehirn raus, was ich gerade an habe und... Und lecke das mit meiner gespaltenen Zunge. Lutsche da ein bisschen ran, als wäre es ein riesiges Bonbon. Ja, das darfst du gern tun. Oh, 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 oh. Ja, ich begebe mich, ich begebe mich, ich weiß nicht... Ähm, finde ich den Weg, weiß ich den Weg zum Raumschiff oder... Du bist da schon dabei, nur du weißt, wo der Haupthanger ist, ja. Okay, ich begebe mich zum Haupthanger. Mein Gehirn lutschend. Also ich meine Gehirn, aber das Gehirn lutschend. Okay. Okay, gut. Wenn du da... Als du da ankommst, siehst du... Viele von diesen riesigen Kreuzern, mehrere Frachtschiffe. Alles so, wie du es dir genau vorstellst. Und du siehst auch ein... Relativ kleines, dreiecksförmiges... Schiffchen. Hast du ein Bild für uns, findest du, Lieben? Äh, ich hab die Karte von dem Schiff. Da ihr gleich an Bord geht, kann ich euch auch schon mal drauf... Ja, momentan ist hier nur der Admiralus drin. Ja, ja. Alles gut. Oh, diese Map wirkt ziemlich sass. Ja. So ein bisschen sass wirkt das. Keine Sorge, die Außenhülle ist quasi dreieckig. Nur der allgemeine Aufbau sieht aus wie ein Penis. Ist klar. Ja, ich dachte eher an was anderes. Ich dachte, es ist ein Imposter unter uns. Ich hab keine Ahnung, wie die Among Us Map aussieht. An dieser Stelle mal gesprochen. Ich hab das einfach so gebaut, weil das sinnvoll erscheint. Ich bin mir sicher, ich bin der Imposter. Hast du das gemacht? Hm? Mit was hast du das gemacht? Äh, mit der RPG-Engine. Wo ich meistens die Maps mach. Okay. Das ist ein cooles Programm dafür. Für die Arbeit. Also, ich komm in den Hangar und... So haben wir Fragen geklärt. Ich komm in den Hangar und... Ja, als du den öffnen Knopf drückst... Ich schau mich erst mal... Bevor ich den öffnen Knopf drücke, schau ich mich erst mal im Hangar um, ob da schon Leute da sind. Ob da schon... Ja, aber da sind viele verschiedene Leute. Ein paar große, ein paar kleine, ein paar, die aussehen wie Insekten, die alle zu ihren Schiffen gehen und runterkommen, Dinge entladen und so weiter. Also, ich schau mich natürlich primär erst mal rum, ob ich irgendwelche Leute so finde, die aussehen, als würden sie zu meiner Mannschaft gehören. Da du keine Ahnung hast, was davon dein Schiff ist, weißt du nicht, wer zu deiner Mannschaft gehört, logischerweise. Weil dir das nicht gesagt wurde. Ich guck mich um, ob jemand irgendwie auf mich reagiert. Weil ich denke, die haben Instruktionen bekommen, dass ich der Käpt'n von ihnen bin. Und dass er... Vielleicht guckt mich jemand an und will schon mal jemand auf mich reagieren. Also, ich schau mich um, ob ich da irgendwen sehe, der... Ja, möchte irgendwer reagieren, als ihr seht, wie aus einer von den vielen Türen irgendein komisches Echsen-Ding rauskommt. Ich bleib auf dem Zugangssteg zum Raumschiff stehen. Und starre einfach irgendwo in den Hangar. Okay. Ist die Karte... Ich trainiere ansonsten überhaupt nicht. Funktioniert die Karte so wie eine... So... Muss ich die in den Schlitz reinschieben oder muss ich... Oder kann ich damit auch... Du hast einen Knopf. Einen Knopf, mit dem ich das Auto öffnen kann. Also, wie ich das... Wo ist das? Okay, dann... Ich kriege... Ich... 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 Ich betätige den Knopf und gucke wo... Also... Und zeige damit in alle Richtungen. Gucke mal, ob da... Ob irgendwo jemand... Ob irgendwas passiert. Ob es irgendwo aufleuchtet. Ob es den Sound macht. Bei dem bereits beschriebenen Schiff, das... Gerade ein bisschen größer als das normale Shuttle, leuchten die Rückfahrleuchten auf. Und es macht den typischen Klicksound von dem Auto. Ich begebe mich... Ich begebe mich auf... Ich begebe mich zu dem... Zu dem... Zu dem Schiff hin und... Und schaue mich vor dem Schiff um, ob da jemand... Ob da jemand steht. Ob da... Wo meine Crew ist. Gut. Ich gucke ihm entgegen und begrüße ihn mit... Hallo. Nein. Seid gegrüßt. Äh... Captain. Ich bin im Schiff und... Ich bin im... Weil... Mir langweilig geworden ist. Weil ich ewig auf... Den Captain gewartet hatte. Und mich hinsetzen wollte. Alles klar. Du... Du sitzt also... Irgendwo... Du sitzt irgendwo hier. Äh... Ja. Gut. Ich... 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 Ich wende mich zu... Ähm... Zu dem... Charakter... Das Name ich noch gar nicht weiß. Ähm... Zu dem der Scheibe mein... Teil meiner Crew ist. Ich sag... Ich sag... Das heißt... I-Captain und so... Und lauf an ihm... Lauf an ihm... Lauf an ihm... Lauf an ihm vorbei in das Schiff rein. Ich bin es dann... I-Captain... I-Captain... Ich lauf hinterher. Ich begebe mich... Ich begebe mich auf geradeem Weg... Richtung Brücke. Um doch meinen Platz auf dem Captain Sesser einzunehmen. Alles klar. Gut. Äh... Hier so das Teil... Das ist quasi der Eingang. So eine Art Fahrstuhl, der hoch und runter fährt. Und euch einladen kann. Und fauchert aber jeden an, der mir im Weg steht. Ja. Es steht dir niemand im Weg. Okay. Dann fauch ich... Das Schiff scheint relativ leer zu sein, bis auf euch beide momentan. Dann fauch ich niemanden an. Sonst... Ich laufe... Gut. Ihr geht... Ihr geht ins... Ihr geht auf die Brücke. Um euch da mal umzugucken. So. Ich trete die Brücke und schaue mich um und... Suche meinen... meinen Captain Sessel und... Ich finde ihn wahrscheinlich auch relativ schnell und... Platziere meinen... Mein Hintern auf dem... Auf dem Captain Sessel. Auf dem Captain Stuhl. Oder wie man das beschreibt. Alles klar. Du setzt dich auf den etwas zu kleinen Captain Sessel. Ja. Gut. Okay. Hat irgendwer von euch... Ähm... Irgendeinen technischen Wert oder sowas? Äh... Ich... Ich... Ich glaube... Nee... Nee... Mechanik? Ja, reicht. Bei mir nur ein Hecken. Wäre auch... Gut. Nur damit ihr wisst, was es für ein Typ Schiff ist. Äh... Ein D-100er? Ja. Das Übliche. Ich verlasse mich darauf, dass meine Kuh das jetzt alles vorbereitet. Wie war das? Wenn ich drüber bin, habe ich es geschafft, ne? Wenn du drunter bist. Okay. Dann habe ich es auch schon verkackt. Ja gut, du weißt, es ist nur irgendein... Irgendein definitiv älteres Schiffsmodell. Ja, ich habe es gerade so um sieben verfehlt. Ja, du kennst die genaue Bezeichnung... Oha. Okay. Der Erste, der hier in 100 würfelt. Jo. Will ich einen Würfel oder habe ich mal was weitergegeben? Nein, nein, du hast eine 100 gewürfelt. Ja, du hast eine 100 gewürfelt. Willst du das so akzeptieren oder willst du nochmal richtig würfeln? Keine Ahnung, was weißt du jetzt über den Schiff? Ich habe jetzt versucht rauszuführen, was das für ein Schiff ist, was weiter... Gut, wenn du deine Eingabe so akzeptierst, wie sie ist, dann ist das okay für mich. Gut. Also, der Android weiß, es ist definitiv irgendein älteres Schiff. Wahrscheinlich so 30, 40 Jahre alt. Es fällt nicht auseinander, aber ist nicht mehr das Aktuellste. Und für unseren Piloten, das ist definitiv ein riesiges Schlagkreuzerschiff. 100 Prozent. Ja. Mir ist relativ egal, was das für ein Schiff bin. Ich bin da drauf. Ich frage in die Runde... Ich werde mich zum... Habe ich eigentlich einen ersten Offizier neben mir sitzen? Oder wer... Habe ich irgendwie zu meiner Rechten oder zu meiner Linken? Oder was ist der... Du hast einen Piloten, der hier sitzt. Du bist momentan hier. Ich richte mich an meinen Piloten und frage... Ist der Kurs klar? Wissen sie, wo es hingeht? Nein. Aber die Koordinaten sollten eingetippt sein. Darf ich auf Navigierenwürfel werfen? Darfst du gern tun. Okay, das sollte nicht so schwer sein. Fragen sind wir startbereit? Kann es losgehen? Äh... Hey... Es ist eben ein Bereich drinnen. Also ich habe 60. Ja, das funktioniert auch ohne das 1? Hast du tatsächlich nur 100 gewürfelt? Ja. Nun. Wow. Okay. Annen. Ja, doch. Ja. Ja gut, Navigieren schaffst du. Ja, du weißt, du hast die Koordinaten und du hast auch die ganzen Informationen. Es ist dir alles soweit gesagt worden, was die Mission ist. Ich müsste jetzt hier gerade noch so 4-5 Stunden warten, bis euer Passagier an Bord kommt und dann kann es losgehen. Das ist auch eine direkte Route. Okay. Alles ist eigentlich... Ich frage in den Raum rein, weiß ich mal, ob der Passagier schon an Bord ist. Ist der Passagier schon an Bord? Sind wir starten klar? Müssen wir noch warten? Wir sind hier. Okay, dann stehe ich auf von meinem Käpt'n, störend, begebe mich. Gibt es an diesem Raum eine Kapitänskajüte? Also gibt es da einen Raum, wo ich als Käpt'n mich da für die Zeit, wo ich mich an den Arbeitsplatz sitzen kann? Nein, gibt es tatsächlich nicht. Das Schiff ist alt und klein. Ihr habt hier quasi einen Schlaf- und Aufenthaltsraum, hier Freizeitgestaltung, hier Maschinenraum, ihr habt hier oben Medizin und hier oben habt ihr noch ein Labor. Das ist alles, was ihr habt. Cool. Und der Raum und der Raum, ich weiß nicht, ihr seht die Pinks ja, sind quasi oben. Dann, ich schätze das so ein, dass es noch ein bisschen Wartezeit ist, bis der Typ kommt, den wir transportieren sollen. Also gehe ich, ich begebe mich, ich stehe auch von meinem Käpt'n sässt und begebe mich ins Medizin, also in den Medizinabteil und weil ich ja ein Mediziner bin und weil ich mich da aus, weil ich mich da, weil es mein Gebiet ist. Ich gehe mir das mal, ich gehe mir das mal angucken, wie es dort aussieht, ob er da, ob er da, ob das das funktionsfähig ist, ob das da alles in Ordnung ist. Das kannst du gerne machen. Was, was macht der Rest? Ihr habt jetzt noch so grob fünf Stunden Zeit, könnt ihr euch auf der ganzen Station rum, umtreiben, mit Leuten reden, Dinge kaufen und verkaufen, das ganze Zeug. Was, was ihr halt zur Vorbereitung gern tun wollt? Ich schaue die Kontrollsysteme an. Du schaust die Kontrollsysteme an? Okay. Also die Steuersysteme zum Schiffflieger und so. Ja, klar. Das kannst du tun, die scheinen alle soweit funktionsfähig zu sein. Ja, dann mache ich mich mit deinem Vertrauen, ja. Alles klar, das kannst du tun. Ich begebe mich außerhalb des Raumschiffes und gucke mir an, ob das, beziehungsweise in welchem Zustand das gerade so ist. Dann wirf mal auf Mechanik. Jo. Okay. Im allgemeinen ist der Zustand okay. Ein paar kleinere Kratzer an der Hülle. Und in könnte mal Staub gewischt werden, aber sonst passt schon. Oh gut, das ist mir als Androide herzlich egal. Ja, gut. Die medizinische Einrichtung ist überraschend gut. Okay. Einen guten Vorrat an Medikamenten und anderen Mitteln. Ihr könnt sogar selbst Dinge herstellen. Ihr habt hier in der Mitte sogar so eine Art, ja, Chirurgie-Roboter-Arme-Ding, mit dem die mir relativ komplexe Dinge durchführen können. Ich meine, eine Herztransplantation wird es jetzt nicht unbedingt, dafür wird es nicht gerade reichen, aber gebrochenen Arm richten oder irgendwas amputieren geht schon. Die Herztransplantation kriege ich mit einem Deutsch-Händen, das geht schon. Das machst du einfach mit bloßen Händen, was im einen raus in den anderen rein geht schon. Herz rausreißen, das andere als das Ersatz-Herz-Herz-Reinpacken, das passt schon. Da habe ich Erfahrung mit. Ja, sein Studium bestand übrigens aus dem Search in Simulator 2. Das passt schon. Ja, ich habe das schon mehrfach versucht, also die Fehlerquote liegt da bei ungefähr 60%, dass das etwa 40%, dass das klappt, aber das soll mir am Ende auch egal sein. Das ist dann, ich meine, da gibt leckere Organe zu essen, wenn es nicht klappt. Ja, wenn du jedes Mal 1 Cent bekommen hättest, als diese Operation geklappt hat, hättest du jetzt 3 Cent. Das ist nicht viel, aber seltsam, dass es überhaupt funktioniert. Ich bin jedes Mal mal wieder irgendwie ein bisschen traurig, dass das geklappt hat. Okay, gut. Ihr macht also überhaupt nichts weiter auf der Station, wenn ich das richtig verstehe. Ihr habt alles, was ihr braucht. Hier. Ich würde mich gerne im Medizin-Sektor und ich mich gerne umgucken, ob es dort irgendwie, ob es da Blutreserven gibt, ob es dort irgendwie, ob da was dort, ob es da Ersatzorgane drin gibt oder ob es da irgendwie, was dort, was dort so auch im Medizinschrank für Sachen drin sind und was da. Speziell gucke ich natürlich nach, ob da irgendwie, ob künstliche Organimplantate sind und künstliche Organe, die man halt irgendwie geboren könnte oder Blutreserven erwarte ich halt da drum zu finden oder so. Ja gut, also bei euch, bei euch in dem Schiff tatsächlich nicht wirklich. Ihr könnt das Zeug aber auch selbst herstellen, habe ich ja gesagt. Also was ihr braucht. Also ihr habt, wenn es Notfälle gibt, genug. Okay, ich untersuche die Maschine, die. Ich untersuche die Maschine, die Blutreserven da herstellen kann. Alles klar. Ob die Optikfunktion ist, die funktioniert, die kann ich sehen, dass die standardmäßig funktioniert oder? Äh, was ist, was ist nochmal dein Medizinwert? Ähm. Äh, Sekunde. Ja, Medizin. Medizin. Das kann ich machen. Das kann ich machen. Dann weißt du, ob da... Das weiß ich, das habe ich, das habe ich sehr gut geschafft. Ja, passt. Funktioniert. Für eure Zwecke ist es ausreichend. Okay. Ich schaue mich weiter an der medizinischen Station um und untersuche das eine Gerät nach dem anderen. Gut, dann mal. Ja, gut. Weil es enttakt ist. Du befindest alles für funktionsfähig. Okay. Ich stehe einfach in der Ecke rum und gucke in die Gegend. Ja. Du starrst. Sehr gut. So kann man das formulieren. Okay. Gut. Dann, da ihr überhaupt nichts weiter macht, gebt mir mal die Zeit vor. Dann kommt langsam euer Passagier. Das ist... Ja, wie lässt sich's beschreiben? So eine Art... Gasförmiges Lebewesen in einem Schutzanzug. Ich dachte, du schickst jetzt das Bild vom doofer Schmerz. Wäre auch gut, aber nein. Ich habe auch ein Bild von ihm vorbereitet. So. Oha. Also jetzt im Moment ohne Helm, damit man sieht, da ist im Grunde nichts. Er sieht aus wie ein Kart, der den Modi für sich als Profil beinehmen könnte. Eindeutig ein Pokémon. Ja, da ist so ein bisschen Starbound mit drin. Beziehungsweise, wie hieß das Ding, was wir gefeilt haben? Ich glaube, Starbound. Starbound. Auf jeden Fall. Ein Typ. Schutzanzug. Leuchtet alle so ein bisschen. Wirkt. Aufgebläht. Hat irgendwer von euch... Keine Ahnung, Kulturkunde oder sowas? Ich bin scheinbar... Was er ist? Ich bin scheinbar da, um ihn zu empfangen. Also wir sind scheinbar... Wir fangen schon mal an. Dann schätzen, was er ist. Gut. Dann schätzen halt, was er ist. Auf. Was? Ich würde es wahrscheinlich eh nicht schaffen. Mach mal. Nein. Ich habe 20. Gehe ich als Mediziner müsste das doch uns hier... Ich habe 40. Aber ja. Gut. Du schätzt ihn auf mindestens 30 Geld. Okay. Ich glaube, das hat ihn sogar zutreffen. Ähm... Modi? Ich habe... Auf was soll ich würfeln? Also... Ich hätte Biologie des... Biologie des Menschen. Biologie. Humanoider Helien. Ähm... Autopsie kann... Habe ich vielleicht... Wissen über Piraten und Räuber hätte ich auch bei Wissen. Das ist also... Auf was macht es denn da? Auf was würdest du denn am ehesten würfeln wollen? Ich würde auf Autopsie werfen. Also ich würde mal sagen... Das sind Organen so und so. Ich würde erst mal sagen... Auf Biologie des Menschen. Ich gucke mal ob das ein... Gucken mal ob das ein Mensch ist. Ob das irgendwas... Das Ähnlichkeiten mit... Wenn du wissen willst, ob das ein Mensch ist. Kannst du gerne darauf würfeln. Ne warte ich würfel auf... Logischerweise auf Biologie Humanoider mit Alien. Der hat scheinbar Beine und also ob das dann... Gut da... Da bist du so... Da bist du so beschissen drin. Wenn du die 10 schaffst ist okay. Na ich hab da 25 drauf. Also es... Ja wenn du 10... Wenn du 10 unterwürfelst dann ist okay. Okay wir würfeln tatsächlich mal. Ah ne hab ich tierisch verklappt. Gut. Perfekt. Also... Du würdest schätzen das ist ein Luftballon. Okay. Ist mir auch egal. Ich hab den... Ich hab den Auftrag bekommen. Das Ding oder... Das Wesen zu transportieren. Und das ein Luftballon ist dann... Dann... Dann trafst du dich halt ein Luftballon. Ja gut. Pass mal auf dass es nicht explodiert. Momentan guck dir ihn noch an. Okay. Ja ich äh... Den Käptchen an mit einer... Hochgezogenen Augenbraue. Ich trete... Ich trete vor und äh... Und begrüße den auf dem Schiff. Ich sag... Tag ich bin der Käpt'n. Willkommen auf dem Schiff. Käpt'n Drass. Ähm... Wir haben die Mission sie hier zu... 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 Transportieren. Ähm... Einer von den beiden hier wird euch... Wird sie... Wird sie gleich auf ihre... Auf... Auf ihre Kajüte bringen. Auf ein Schlafgemach. Auf den... Welche wo sie sich aufhalten können. Gute Aufenthalte auf dem Schiff. Drehe mich um und... Und... Und gehe auf die Brücke. Okay. Und erwarte... Und... Ich gehe davon aus dass... Ich gehe davon aus dass... Mein Team sich jetzt um den kümmern wird. Ich hab den jetzt als Käpt'n begrüßt und... Okay sehr gut. Du machst also im Grunde... Du machst also im Grunde den Käpt'n PK. Gut. Okay. Hallo, tschüss. Ja. Okay. Er hatte keine Zeit sich vorzustellen oder sonst irgendwas. Nö. Gut. Die anderen beiden sind da und... Der Käpt'n ist... Er kann sich... Er kann sich... Er kann sich gerne... Er kann sich gerne euch vorstellen. Und ich... Erwarte dann vor euch bericht. Ich bin der Käpt'n hier. Okay. Ich mach mich auf dem Schiff bereits... Okay. Ich guck noch mal... Ich guck während die das machen... Guck ich noch mal auf dem... Auf dem... Auf der Brücke bereit ob da alles... Ob da alles sauber aussieht. Und setz mich dann sobald ich fertig bin in meinen Sessel. Du siehst... Du siehst auf der Brücke einiges an Staub und ein paar Spinnenweben. Das juckt mich relativ wenig. Gut. Ich greif mir... Ich greif mir... Ich greif mir eine Spinne und... Und verschlingen die gleich. Ja das hast du zu tun. Gut. Was machen die anderen beiden? Ihr seid gerade... Auf dem Gang stehen gelassen worden. Ja. Äh... Ich drehe mich zudem... Mache eine Art Bewegung... Und äh... Geleite ihn zu seinem Zimmer. Welches auch immer du dafür vorgesehen hast, Molly. Gut. Das wäre tatsächlich das Labor gewesen. Ähm... Na gut. Dann geleite ich ihn zum Labor. Ja. Also hier. Dieser Bereich. Damit er da auch weiter arbeiten kann. Alles klar. Dann bringe ich ihn genau da hin. Ich gehe ins Cockpit und stelle schon mal die Richtung ein. Also den Kurs ein. Und alles was wir noch machen müssen. Okay. Das könnt ihr tun. Okay. Ihr seid dann flugbereit. Ich... Gut. Ihr habt eine Person an Bord, die ihr... Von denen ihr weder den Namen kennt, noch was er tut, noch sonst irgendwas. Ihr wisst nur, ihr müsst ihn da hinbringen. Ist okay, dass ihr keine Infos wollt. Das ist... Das ist falsch. Ja. Ich habe darauf gehofft, dass meine... Dass mein Team mir Infos bringt. Dass die das dann... Ja, gut. Du bist der Kapitän. Das ist dein Job. Ja, gut. Ihr kennt den Namen ja schon. Ist ihm ja beim Missionsbriefing gesagt worden alles. Ja. Genau. A.K.L. Guck mal auf den Charakterbogen. Gut. Vielleicht wirst der Android mir ja sagen. So, damit es teilen. Ja. Im Bericht wird wahrscheinlich der Name und die Funktion da sein. Es... Weiß mir in der freien Minute mal durchlesen. Den Bericht. Ja, gut. Dann... Jetzt geht's um... Ich mach nämlich nichts, was man mir nicht sagt. Jetzt müssen wir aber erstmal starten. Ja. Gut. Ihr startet. Ich schreibe mir auf, dass ihr keine Infos von mir kriegt. Der Android will... Wenn der Android keinen Bericht führen will, den ich dann später durchlese und das ist... Ähm... Gut, ähm... Okay, gut. Ihr startet. Bericht zu führen habe ich nicht als meine Aufgabe gesehen. Dann darf der Pilot jetzt erstmal auf... Was auch immer... Fliegen oder... Navigation oder was auch immer würfeln. Ob ihr es überhaupt schafft zu starten ohne den Hangar zu zerlegen. Dann starten wir auch mit dem Hangar zu zerlegen. Dann starten wir auch mit dem Hangar zu zerlegen. Dann starten wir auch. Ja. Ich hoffe mal. Ich... Ich... Äh... 42. Geil. Okay. Alles klar. Funktioniert. Du startest... Ich habe 77, aber ja. Ja, gut. Ist ja gut. Ist egal. Ist kein kritischer Misserfolg oder Erfolg. Kannst du auch sagen, ob du es geschafft hast oder nicht. Ja. Das reicht eigentlich. Gut. Du fährst ganz normal die Triebwerke hoch. Fährst die Lande. Stützen ein. Und dann startest du. Ich gebe den Befehl zum Energie geben. Ich sage Energie. Ja, währenddessen seid ihr schon längst unterwegs. Ihr seid schon auf Überlichtgeschwindigkeit. Ich sage Energie. Energie. Ja. Ich bin neu in dem Beruf. Das ist das was passiert. Ja. Er guckt auch nicht auf den Bildschirm. Er guckt einfach in Richtung vom Alarm. Mhm. Was? Gut. Dann habt ihr jetzt erstmal Zeit. Momentan ist noch alles soweit. Normal. Ich begebe mich zum Druiden, der glaube ich auch auf der Brücke ist. Soweit ich weiß. Oder ist das nicht? Ja. Und ich frage den Druiden nach dem Protokoll. Protokoll? Welches Protokoll? Sie sollten Protokoll führen von der... Sie sollten mir berichten wie... Wie der... Wie unsere Gäste... Sie sollten Informationen über unseren Gäste herausfinden. Und das im Protokoll vermerken. Für diesen... Im Schiffsprotokoll. Wen wir so an Bord haben. Wollen sie mir gesagt haben, dass ich das tun soll? Ich dachte, das wäre ihnen klar, dass die... Dass die... Dass das die normalen Aufgaben des... Des... Protokoll Druiden am Schiff sind. Ich bin kein Protokoll Druide, ich bin Mechaniker. Mach deren Job. Was? Oder das Druiden, das sie... Mach deren Job. Ich fauche... Ich fauche den... Ich fauche den Druiden laut an und verlasse die Brücke und begebe mich zum... Ich fauche den... Dann würfel mal auf... Würfel mal auf Bedrohen. Ich... Ich... Ne... Ich verlasse... Ich verlasse die Brücke und begebe mich zum... Ich suche den... Das Ort... Ich weiß auch nicht, wo der ist. Hat mir niemandem nicht gesagt, wo man ihn gelassen hat. Ähm... Ich suche den... Den Gast unseres Schiffes. Ich würfe auf Bedrohen, okay. Ja, würdest du einfach mal auf Bedrohen. Ähm... Drohen habe ich... Ja... Habe ich nicht geschafft. Gut. Für jeden auf dem Captain ist klar, dass der Captain sich grad wirklich lächerlich macht. Ja. Okay. Ich... 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 Ich lächle sanft. Bleibe stehen und sehe ihm hinterher, wie er... Den Raum verlässt. Ich verlasse... Verlasse zwischen den Raum und... Die Brücke und... Und... Und suche den... Und suche nach nem... Ich suche das Schiff ab nach dem... Nach unserem... Nach unserem... Begleiter... Nach dem... Nach unserer Mission... Nach unserem... Typen, den wir... Nach dem Forscher. Ja, gut. Du suchst... Du suchst das... Euren Passagier. Ich suche nach dem Passagier. Mir ist das von Passagier nicht eingefallen. Ich suche... Ich suche... Ich suche der Reihe nach. Ich fange im medizinischen... Ähm... Medizinischen Labor an und sucht dann... Ein Stück Raum für Raum suche ich... Suche ich ab, ob da jemand... Ja, gut. Dann sage ich dir mal, was du in den einzelnen Räumen so findest. Weil ihr wart bisher auf der Brücke und... Bei Medizin. Sag mir das. Gut. Gut. Medizinraum kennst du. Punkt. Ist nix drin. Ist keiner drin im Medizinraum. Nein. Okay. Dann gehe ich weiter zum... Ein paar komische biologische Proben von dir, aber... Die kennst du. Okay. Lauf weiter am Uhrzeiger. Sehen die Räume abzukommen. Okay. Ich verlasse die Brücke. Sammle den Kapitän ein und bringe ihn in den richtigen Raum. Alles klar. Okay. Also wir sollen das nicht erfahren, was in anderen Räumen drin ist. Was soll das? Ich weiß nicht. Soja, ich weigere. Aber gut. Okay. Die Leute lassen mich nicht mein Schiff erkunden. Ähm. Okay. Ich folge. Ich werde von ihr genommen zu reden. Ich lasse mich auch bei Umstandslos damit nehmen. Alles klar. Der Droid bringt dich ins Labor. Also. Hier. Okay. Ich betrete das Labor mit dem Drogen zusammen scheinbar. Du öffnest die Tür, gehst die Treppe nach oben, kommst zum Labor. Euer Passagier macht da gerade seine ganzen Geräte fertig, die er für seine weitere Arbeit mitgebracht hat in so einem kleinen Koffer. Kennst du, verstaut gerade irgendwelche Akten da. Und. Ja. Ich gehe zu ihm hin und spreche ihn an uns und sage, da mein Droide hier gerade vorhin zu unfähig war, sie zu begrüßen und auf dem Schiff willkommen zu heißen. Ähm. Noch, noch einmal willkommen auf dem Schiff. Ich bin der Käpt'n dieses, dieses kleine, aber bescheidenen Schiffes. Ähm. Tut mir leid, dass ich vorhin nicht gefragt habe. Ähm. Wer sind sie überhaupt? Das ist. Wo kommen sie her? Und. Was machen sie auf unserem Schiff? Willst du ihn dabei bedrohen? Ne, ich bedrohe das. Ich bedrohe vielleicht noch den, ich bedrohe vielleicht noch den, den Druiden noch ein bisschen so. So, als, als, als ich sage, dass, äh, dass, äh, dass der, der, der Druide hat es leider nicht geschafft, sie zu fragen, dann zwischen, zwischen nochmal in seine Richtung und böse in seine Richtung. Aber. Ja. Ihm bin ich relativ freundlich. Ich frage ihm. Ziehe die Augenbraue hoch und sage nix. Ich frage ihm, was er, ähm, ähm, ich hab die, ich hab die, ähm, ich hab die Mission vom Admiral bekommen, der, äh, und, der uns hier drauf geschickt hat, sie zu transportieren. Ähm. Dürfen wir von ihnen noch mehr wissen, wer sie sind und, woher sie kommen. Gut, was? Und fahrt auf Antworten, oder? Ich fahrt auf Antworten. Gut, ihr bekommt folgende Informationen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt ausspielen, weil das ist relativ basic für den Charakter. Momentan. Okay. Ähm, du erfährst, also ihr alle erfahrt, dass sein Name, ähm, der, ähm, der, ähm, der, ähm, äh, wie hab ich ihn genannt? Äh, äh, ja. Ich schick's auch gleich nochmal in den Chat, damit ihr wisst, was geschrieben wird. Genau. Da ist es. So wie man spricht. A-S-A-R-I. Was ist der Name? Was genau ist? Äh, ich schick's gerade mal eben unter Planung. Hm, mach das. Damit ich mir das auch notieren kann. Ja. Genau deshalb. Weil manche Namen hier sind ein bisschen komplexer. Der jetzt nicht, aber es wird noch. Okay. Was genauer ist? Was genauer ist, äh, sagt er dir nicht? Beziehungsweise weicht der Frage aus? Äh, du erfährst, dass seine Forschung, äh, spezielle Lebewesen, die auf dem Planeten, wo es hingeht, ähm, Vorkommen betreffen. Die Details werden dir auch jetzt nicht verraten mit der Aussage, dass das noch alles relativ früh in der Erforschung ist. Teilweise sind die Dinge noch nicht vollständig, äh, durchgewunken worden an Bezeichnungen. Alles relativ komplex. Wichtig ist nur, wichtige Forschung. Er ist da stationiert. Und außerdem, äh... Wer ist Kreen? Er... Was? Hier ist grad jemand, äh, in Roll2Handy dazugekommen, der Kreen heißt. Ja, wow! Ich hab die Seite neu geladen. Okay. Er hat die Seite neu geladen. Okay. Hahahaha! Ah, professionell! Ich wollte grad... Wurde grad fragen, ob das vielleicht jemand ist, der hier irgendwie... ein Fremder da reinjoint. Ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Hundert Prozent. Red weiter, die Informationen über den. Gut. Ja, du bekommst Basic Infos über seine Forschung und du erfährst, dass er, äh, momentan bei den Menschen, äh, als gesucht gilt. Das heißt, die wollen ihn... Die hätten ihn ganz gern, weil er mit seinen Forschungen auf deren Gebiet ohne Erlaubnis, äh, gegen Gesetze verstoßen hat. Okay. Sie brauchen also Gleitschutz. Ja. Deshalb seid ihr... Deshalb seid ihr ja da. Wurde euch auch gesagt. Deswegen sind sie auf... Da sind sie auf ein scheinbar ungewoffnetes, äh, Schiff, äh, gekommen. Ich weiß noch nicht, ob... Ja, ja. Ich hab noch kein... Ich hab noch keine Geschütze gefunden, also haben wir... Wir sind scheinbar nicht mehr als so Chatter. Das ist... Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwelche Bewaffnungen am Ort haben. Ich dachte, wir sind so ein großes Kriegschiff. Ja, für dich... Für dich seid ihr das auch. Also, bis... Also, mein Wissen über dieses Schiff ist, dass wir eine medizinische Abteilung haben, dass wir eine Brücke haben und dass wir ein Labor haben. Das ist... Also, wenn's irgendwo Bewaffnungen gibt, hab ich's ja noch nicht gesehen. Das ist... Ja, gut. Das sind die Infos, die ihr kriegt. Sonst doch irgendwas, was ihr in dem Raum tun wollt, oder wollt ihr endlich mal das fucking Schiff erkunden? Ich... Ich frage noch, bevor wir das Schiff erkunden gehen, frage ich den... Frage ich den, ähm... Dr. Azari? Dr. Azari, frage ich den nochmal, ob der... Ähm... Warum... Warum der... Ob der sich das Schiff ausgesucht hat, oder ob der zugeteilt wurde, oder warum der... Und ausgerechnet auf unser Schiff gekommen ist, warum wir die Armee so transportieren. Ähm... Ihnen wurde gesagt, dass das... Das beste verfügbare Schiff mit den besten verfügbaren Leuten wäre für diese Aufgabe. Okay. Ich... Ich... Ich bin... Ich bin ein bisschen... Ich bin... Ich bin mir bewusst, dass was definitiv nicht sind. Ich... Ich guck ihn... Ich guck ihn aber an, dass... Dabei bin ich mir sicher, wir sind das... Wir sind die Besten. Dreh mich um und verlass den... Verlass das Labor. Gut. Hast du Sinn? Oder sowas? Was ist? Hast du irgendwas mit Wahrnehmung, oder sowas? Ähm... Ähm... Nicht wirklich? Äh... Dann... Dann mach einfach mal allgemeinen Wissenswert. Würfel da einfach mal drauf. Da hab ich da nicht drauf geachtet, mir da irgendwas zu geben. Ja, ist auch fraglich. Ähm... Allgemeinen Wissenswert. Einfach gehabt. Okay, gut. Punkt. Okay, ähm... Ich begebe mich aus dem Labor raus und... Ähm... Ich hoffe der... Ich hoffe der... Der... Der Pilot wird mich rechtzeitig verahnen, falls irgendwas passiert und... Ähm... Ich weiß nicht, was der Droide macht, aber ich... Ich begebe mich, ich such mir... Ich begebe mich zu dem, wo ich ursprünglich... Ich würde ja ursprünglich dort lang, wo ich dann... Ich begebe mich zu dem Raum, der unterhalb vom medizinischen... Bereich ist hier auf dem... Auf der Map. Gut. Du gehst also in den Maschinenraum. Das Maschinenraum, die ich hier gerade auf der Map nicht sehe. Kannst du ein bisschen nach oben rücken? Die Map. Du kannst deinen Bildschirm verschieben. Du weißt, wie eine Website funktioniert. Ich weiß... Ich würde dich fragen, ob du das machen kannst, weil sonst... Äh... Ich kann's auch machen, aber... Du bist doch eher von Quentin! Es gibt hier das... Scroll einfach nach unten! Es gibt Schwierigkeiten bisher... Äh... Na egal. Ich mach schon. So, wir sind da... Ich komm mal so im Maschinenraum an. Ja, im Maschinenraum. Reicht... Man sieht genug so. Mein Gott. Ich gehe dem Kapitän hinterher und frage, ob er Hilfe braucht. Ähm... Ich sag ihm, wenn... Also... Für einen Maschinenraum... Ich sag ihm, dass... Dass er mitkommen, weil Maschinenraum kann ich ihn vielleicht gebrauchen. Ja... Ja... Ähm... Ja... Ja... Passiert bei mir irgendwas Aufregendes auf der Brücke? Oder irgendwas Erwähnenswertes? Äh... Gucken wir doch einfach mal... Momentan noch nicht, ne? Du fliegst super weiter. Alles ruhig. Du fliegst... Du fliegst gut. Ihr seid schön... Auf maximaler Geschwindigkeit. Alles ruhig. Wirk 9,5. Ne, so viel kann unser Raumstoff bestimmt nicht. Ja, gut, doch... Etwa... Geschwindigkeit ist ordentlich. Also ein Stern sollte jetzt nicht unbedingt auf der Rote sein. Das wäre unangenehm, aber... Macht ab und zu mal Rumps. Ja, es macht mal... Es macht mal ganz kurz Bumm. Wenn ihr euch hinter euch guckt, seht ihr... Einen Asteroidenebel mit ein paar Bäumen drauf. Mh... Sind wir gerade durchgefogen. Bäume? Sind wir durchgefogen. Sind wir mit doppelter Lichtgeschwindigkeit durchgeflogen. Durch den Planeten. Ihr hört die Schreie unschuldiger. Alles ruhig, alles gut. Okay. Maschinenraum. Ihr habt da ein paar normale Computer Terminals, mit denen alles überwacht wird. Ihr habt Zugang zu den Triebwerken und Treibstoff. Das übliche. Ja, okay. Das Schiff ist im Allgemeinen in einem guten Zustand, Kapitän. Ja, okay. Ich würde gerade sagen, mit dem Druiden den Befehl sich mal die Maschine anzuschauen. Weil das sein Gebiet ist. Das ist in einem guten Zustand. Okay. Ja, es ist alles flugfähig. Offensichtlich. Ja, schlecht wäre jetzt plötzlich nicht mehr. Okay. Ähm... Dann begebe ich mich zum Freizeitbereich und schaue mir den mal an. Wie es dort ausschaut. Alles klar. Ja, es sieht überraschend nett aus. Ein bisschen klein, aber geht schon. Ihr habt... Äh... Bepflanzte Wände. Das heißt... Ja... Grüne Wände. Mit Pflanzen. Ihr habt sogar so eine Art... Ja... Video... Tank. Wo ihr irgendwelche... Hologrammen... Nennen wir es mal Serien oder sowas durchlaufen lassen könnt. Quasi Fernsehen. Und ihr habt zwei... Ihr habt auch zwei Tische, wo ihr normalen Schiffen eine große Auswahl an Brettspielen oder sowas laden könnt. Da ihr hier ein altes Schiff habt, habt ihr Uno. Okay. Ich gehe dem Kapitän hinterher und schaue interessiert nach, was wir für Brettspiele haben und bin sehr enttäuscht, dass wir nur Uno haben. Hm. Ähm... Ich habe... Ich kenne auch ein altes Spiel, was man mit... Der entdecksten Menschen, was man mit... Was man mit Knochen spielen könnte. Also ich hätte da... Hab da die Knochenbeste, womit man ein bisschen was... Aber ich bin mir nicht sicher, ich... 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 Ich verrate das dem... Verrate das dem... Druin nicht, weil ich bin nicht sicher, ob der Interess hat an so einem... An solchen... Es könnte auf ihn vielleicht ein bisschen barwarisch wirken. Ja, wahrscheinlich. Gut. Okay. Ich untersuche... Ich... Ich schaue mir die Pflanzen an, die am... Am Fenster des... Äh... Also... Äh... Ich habe Fenster, die hier an dem... Verzeite dabei sind. Nichts ist doch ein Fenster drin, ich weiß es nicht. Ich habe so ein paar... Ihr habt überall so ein paar kleine... Ausguckfenster. Wenn wir es mal so... Hier? Okay... Ich schaue mir die Pflanzen an, gucke da... Ich kann mal auf Medizin gucken und... Würfel und dann mal gucken, ob ich da eine davon... Ob der irgendwas... Das kannst du gerne tun. Ich würde gerne wissen, ob das... Ob das Zierpflanzen sind... Ob das... Welche Art von Pflanzen das... Die darstellen... Äh... Ja, das habe ich ganz offensichtlich nicht geschafft. Alles normale... Alles ganz normale... Äh... Zierpflanzen. Nichts brauchbares für dich dabei. Alles klar... Ähm... Ich gucke mich... Ich gucke mich um... Ob es im Freizeitbereich... Irgendwas wie eine... Ob es dann eine... Ob es dann eine... Eine Bar gibt... Oder ob es da irgendwas... Ob da... Ob es da irgendwas gibt... Wo mein Getränk herbekommen könnte. Ja, hier im Mittel ist so ein... In der Mitte ist so ein... Äh... So eine Art... Nennen wir es mal Kühlschrank. Ich öffne den Kühlschrank... Guck... 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 Ob da was für mich drin ist. Ähm... Was willst du denn? Also so ein bisschen... Ein bisschen Blut wäre schon... Also wäre mir... Wäre mir recht... Wenn es halt... Künstliches Blut... Wenn es sein muss... Wenn es... Wenn es... Ja... Mensch wäre natürlich am leckersten... Aber es ist... Ich nehme natürlich auch an... Die Antwort darauf lautet... Nein! Nein! Ich hatte ein bisschen Durst... Langsam... Ähm... Okay... Ähm... Ich gucke... Ob es da... Ob es da ein Wasser gibt... Das ist natürlich... Ja... Wasser ist natürlich irgendwas... Was man... Was man... Was ich irgendwie... Nur zur Not trinken würde... Aber... Ich reiche dir... Eine Schraube... Um den Eisenwert zu imitieren... Okay... Ich hole mir ein Wasser... Und wirf die Schraube rein... Ja... Ist das... Habe ich da... Haben wir dann eine Flasche... Haben wir eine Flasche... Oder ein Glas... Oder irgendwas... Was war da... Was war da mit... Was man mitnehmen könnte... Kannst du gerne haben... Kannst gerne ein Glas Wasser haben... Also ich würde... Ich würde mir gerne... Gas und eine Flasche Wasser mitnehmen... Einfach und auf den Weg... Während wir bei der Schraube könnten... Ja... Das kannst du gerne tun... Okay... Flasche Wasser... Mit hohem Eisengehalt... Ja... Offensichtlich... Ähm... Ja gut... Dann... Gehen wir weiter zur... Nachgeschlag... Ich würde dann... Ich würde dann weitergehen... Zum... Zum Schlafbereich... Und das... Das mit mal angucken... Alles klar... Das ist etwas interessanter... Ihr habt hier... Zwei... Reinigungsdrohnen... Die... Im Zustand des Schiffs... Nachzuurteilen... Jetzt nicht so häufig... Genutzt wurden... Insgesamt... Okay... Das waren die Drohnen... Scheinbar... Ihr habt hier noch... Ja... Nennen wir es mal... Die Badezimmer... Okay... Also ihr habt zwei... Toiletten und eine Dusche hier... Und ihr habt... Äh... Insgesamt... Sechs... Kryokammern... Zum Schlafen... Okay... Gibt es da Handtücher... Oder ist das... Ist das ein Trocken... Und wird da... Wird dort... Es gibt auch keine Handtücher... Wird mit einem Bläser getrocknet... Oder irgendwie wird damit... Ich sag... Äh... Nennen wir es einfach mal... Klassisch... Äh... Solche Ultraschall Duschen... Okay... Ohne Wasser... Aber funktioniert... Alles klar... Ich blücke mich um die Drohnen zu inspizieren... Ja... Da es der Schlafraum ist... Gibt es dort irgendwo... Ich gucke ob es da... Ob es Betten gibt oder... Kryokammern... Also ich... Ja... Ich untersuche die Kryokammern... Ob die... Ob die Funktion... Das sollte ich als Mediziner... Kryokammern sind vielleicht nicht ganz... Ja... Dann würfelt mal bald... Auf eure entsprechenden Werte... Abfängig... Ich würde mal auf Medizin würfeln... Oder? Ja... Von mir aus... Äh... Okay... Das sieht aus nach... Ja, ich hab's geschafft... Hab ich... Hab ich schon gewürfelt oder... Ja, hab ich... Nein... Ach doch... 63... Und ich ne 11... Okay... Hab ich es geschafft... Ne... Ich hab's nicht... Ich hab's nicht geschafft... Du kannst es glaube ich einfach machen... Aufstehen ist legit... Das... Das kannst du... Das kannst du... Hast du Autopilot drin... Oder wer fliegt dann denn... Wer fliegt dann... 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 Ja gut... Wir übernehmen's... Zumindest... Ja... Wer überlebt das... Auf jeden Fall... Dann gehe ich... Dann gehe ich... In den Medizinbereich rein... Alles klar... Gut... Dann... Erstmal... Äh... Medizin geschafft... Oder nicht geschafft... Ich hab's nicht geschafft... Den... Das zu untersuchen... Also... Ja... Die sind... Die sind alle sonst... Genau... Gleich gut... Okay... Keine Art und Fehler... Okay... Nee... Keine Art und Fehler... Dürfte keine Problematiken geben... Wenn wir uns zum Schlafen legen... Alles klar... Da bin ich mir relativ sicher... Okay... Dann... 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 Verlasse ich... Der Schlaf... Scheint alles in Ordnung zu sein... Verlasse das Schlaf... Die Schlaf... Bereiche... Und... 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 Begeben mich zurück... Zur Brücke... Kriege ich noch die Info über die Roboter? Ja... Wollte ich grad... Sagen... Mechanik geschafft oder nicht geschafft... Wahrscheinlich geschafft... Geschafft... Alles klar... Äh... Die eine funktioniert problemlos... Die andere muss noch mal... Äh... Ordentlich... Geladen werden... Dann sollte das auch gehen... Okay... Ich schiebe die Drohne in den Lades... Platz... Falls es euch gibt... Ja... Die hat... Die hat's offensichtlich... Auf dem letzten Meter nicht mehr... Geschafft... Okay... Ich schiebe die mit dem Fußack da rein... Funktioniert... Und... Als ich mitkriege... Dass unser Pilot... Ins Labor geht... Oder ins Medizin... Dings... Ins... Ins... Medizin-Ding... Und... Ich wollte mich... Äh... Schauen... Was die Dinge so vom Wert haben... Okay... Die Antwort lautet... Ja... Ich würfel mal drauf... Schei... Absolut... Wertlos... Absolut wertlos... Das Ding... Das... Ist eher wie der Pilot... Brauchst du kein... 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 Brauchst du kein Gedanchen mehr... Ist eigentlich wertvolles Zeuge... nichts wert du weißt diesen nix wert ja für dich sind sie wert gut und ich komme auf die brücke ich komme auf die brücke und wundere mich warum niemals da ist also ich bin bewusst der kapitän oder wusste wo es das ist und da fällt dir ein oder das bin ja ich das bin ja ich setze mich zurück auf meinen ich setze mich zurück auf meinen kapitän stuhl und und lutsch derweil weiter an den meinem gehirn was jetzt jetzt mal der fahrer vernachlässigt habe okay der menschlichen gehirn ja ihr habt auf dem schiff außerdem noch hier zentral rechner der alles steuert nur als information da habe ich nicht im gang nachguckt aber die oft genug und ansonsten habt ihr soweit alles was nötig ist ich gucke ich gucke so ein bisschen rüber zu dem piloten tisch dort und gucke ob das von ich habe davon natürlich keine ahnung habe ich gucke so ein bisschen ob das mir das gut aussieht ob das ob das schiff noch fliegt ob das also scheinbar ist das ganze scheinbar muss das irgendwie auch ohne pilot gehen ich glaube dass da ob von gefahr sind oder ob das das schiff auch ohne pilot fliegt hast du navigation oder so was ich habe nix ich gucke einfach in die richtung dann mach mal allgemein wissen keine ahnung was davon allgemein wissen habe ich selbst für selbstverständlich verkauft ja wenn er kann einfach aufstehen dann wird das schon passen ok kriegst keinen panikanfall genau ich denke das wird schon zu gehen und ich bin ich bin dort ich setze weiter in meinem sessel und warte darauf dass meine meine kuh wieder kommt ok ich räume mich so ein bisschen ein und und beschäftige mich mit dem menschlichen vor ins lab zu gehen und ich glaube da ist alles klar alles klar ich gehe zusammen ins labor du willst schätzen wie viel das zeug da wert ist einfach generell was es drin ist weil ich war ja noch nicht da und dass der der doktor dran wahrscheinlich jetzt fertig ist mit einem aufbauen ja deshalb ist die tür auch verschlossen also kommen wir nicht rein nein ihr kommt nicht rein okay ich meine ich könnte jetzt aufbrechen aber das ist euer schiff ich habe den prächtigen passagier ja dann gehe ich zurück zum man könnte auch mal da netz mit nur bei die tür auf macht oder wo man es aufbricht aber gut zwei pen & paper seit das wissen wir schon seit jeher ist das egal wer wer pen & paper spielt nett bitten und fragen ist bei es bei türen immer das ist und mal probieren ob die auch offen ist dass es übereintreten das türen müssen immer eingetreten werden ja oder mal gucken ob es brücke gibt ja ich gehe dann auf jeden fall wieder zur brücke alles klar gut bleibt noch kurz vor dem labor stehen und schlendere betont langsam hinterher und guck mir dann mal diesen besagten hauptcomputer an welchen zustand er so ist und was der so alles anzeigt er funktioniert was kommt was komplexes kriegt er wahrscheinlich nicht mehr hin wir haben auf mechanik war du auch weißt was genau los ist ja sehr gut der drüge hat keine ahnung du kennst dich du kennst dich mit den derzeit aktuellen modellen aus aber der stammt von vor deiner zeit ich kann einfach so ein 30 zu hecken nein das werde ich nicht machen das wird so schief du kannst drauf würfeln okay glaube ich versuche es einfach ich versuche irgendwas produktives an dem computer auszurichten und ja okay ist ein bisschen mehr ja gut also du versuchst ohne admin passwort reinzukommen scheiterst aber an der wie hieß dein erstes haustier frage hast du vergessen exakt keine ahnung hast wer das ding gebaut hat wird raten auch schwierig ich stelle ich stelle übrigens herbert mal neben 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 dem kämpfer ab immer alles klar das darfst du tun er schlägt er schlägt sich um er schlägt er schlägt sich um den sessel neben jahr der das hat jetzt hat jetzt schlägt das namen alles klar gut ihr habt jetzt übrigens noch eine reise von etwa einer woche vor euch das heißt wie wollt ihr die zeit jetzt erstmal verbringen wenn es wird er kennt also ich würde jetzt erstmal jetzt noch an dem tag dieser minute sobald der sobald der sobald der druide aufs auf die brücke kommt frage ich ihn mal ob er jetzt endlich mal sein sein jetzt fällt mir das deutsche wort dafür bin ich ein standard für richtig sein bericht dazu mal ich mal seinem bericht endlich mal schreiben 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 will und befiehlen das mal maschinenraum und in anderen in den anderen räumen die ich gerade reinkommen ob ich da nützliches werkzeug finde erst mal direkt wieder umkriegt was genau wäre für dich nützliches werkzeug ach so ein laserschraubenzieher oder so was halt ruhrzange damit ich das denn nicht spontan suchen muss ja sondern werkzeug für reparaturen kann hast du soweit alles nötige außer irgendwas ganz spezielles du findest du findest du findest du findest du in die brücke und setze mich mit einem ganz kurzen lied zucken zu dem voll gerankten sitz auf den anderen gut alles klar ich erteile ich erteile dem mit der protokoll zu führen aber das was geschehen geschehen ist in meinem tag am bereich jetzt liegt es in einem aufgabenbereich ich hab dir gerade den befehl dazu gegeben ich habe das ich habe das ich habe die aufgabe gerade vom captain auf den ruinen übertragen protokoll verbietet mir das und ich habe den befehl gegeben kannst dem befehl gern verweigern dann wirst du sehen was passiert mein protokoll verbietet mir das ich kann das nicht tun ich höre dir nicht zu ich bin ich es gibt dir den befehl und verlassen die brücke und begib mich zum freizeitbereich ich gucke ausdruckslos hinterher überlegen kurz hast du aufgaben von mir bekommen kannst jetzt machen die piloten einen notizblock und schaue ihn bittend an ja ja ich schaue ich schaue sie verwirrt an und sagen ja ich war gerade im steuern was ich bin auch nicht ganz mitgekommen ehrlich gesagt der kapitän erteilte mir gerade den auftrag das protokoll zu führen ich weiß aber das ist in meiner programmierung nicht inbegriffen ich nehme den blog in den stift und schreibe sturm freien wir fliegen ohne irgendwelche besonderen ereignisse und klappe den blog zu ich bedanke mich förmlich ich lege den blog auf den sitz vom kapitän sehr schön gut es bleibt also wieder alles an mir hängen du hast den protokoll du hast den bericht auf deinem platz liegen ich weiß nicht was du hast ich bleibe die kompetentesten für diesen auftrag ich gebe mich in freizeitbereich und war darauf also so lange und so lang der der pilot sich nicht meldet dass irgendwas irgendwas passiert das ist unten dass ich auf der brücke gebraucht werde halte ich mich dort im freizeitbereich auf und ich mache mein spielchen mit meinen mit mal mit den knochen und ich spiele ab und zu mal ein bisschen uno gegen mich selbst beschäftige mich dort im freizeitbereich trink ab und zu mal ein bisschen wasser ich setze mich zum kapitän dazu und frage ob er mir beibringen kann das spiel zu spielen ich sage ich sage ihm das würde so würdest du bestimmt nicht würden sie bestimmt nicht verstehen da bin ich anderer ansicht gut das ist jetzt müsste man spiel jetzt muss man spiel haben der mann jetzt musst du ein schön entweder es ist man schwer hat er ist das dort ich habe mal eben zu dir rüber und reicht in den block wir spielen wir spielen wir spielen und das ist ein relativ kriegerisches spiel was zwischen wo wirst du mit mit so ich habe aus ich habe aus den knochen paar männchen gebaut die sich dann die sich irgendwie dann gespielt schaffen wir spielen wir spielen schach bloß auf brutale weise dass die das wichtig spielen harry potter schacht das wurde ich sie zu hauen die menschen ich räume das ganze brett vom tisch und frage ob ich gewonnen habe okay ich bin nur damit es mal ich bin ja nicht sicher aus bei diesem spiel gewinner gibt es ja fast spiele brett spiel wert ist zehn alles klar ist der ganz linke immer das ist ja also habe ich dich geschlagen im spiel anscheinend war das was ich gemacht habe nicht regelkonform doch war es der kapitän war nur stelle ich habe das ganze brett vom tisch gekämpft wie soll er schneller sein als schneller runter gebrochen hat seine jeweiligen figuren alle aufgefangen mit der zunge einigen wir uns darauf das war mein getränk das ist doch alles gut die flasche war schon leer hat es auf der nacht klumpen wenn man ehrlich ist ja die guten einen pt-flaschen wir alle kennen sie okay ich habe fast nur noch glasflaschen auf dem schiff sind wahrscheinlich glasflaschen die reise verläuft die nächsten fünf tage erst mal relativ ereignislos sehr schön ich verbringe an die labortür und frage ob der irgendwas braucht der herr doktor asari ja ab und zu mal so ein paar kleinigkeiten hast du aber alle dann bringe ich die jeweils ja ich verbringe die ich verbringe die meiste zeit auf dem freizeitbereich irgendwann irgendwann zieht es mich rüber zum zum medizinbereich wo ich da ruhig jetzt ruhig mal letztendlich hier die blut generationsmaschine ausprobieren wir da mir mal ein bisschen blutstier mal ein zwei portionen alles klar und dann doch mal ein bisschen was trinken weil so es dauert es dauert nur wasser zu trinken ist mir dann doch ein bisschen da wird mir dann irgendwann übel von wasser nährt er sich eigentlich also unsere dampfwolke ja 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 ist ein herzlich relevant sich ja nämlich von im optimalsten fall organe aber das ist da ich jetzt da ich das nicht habe ich bin dort ich versuche mir im medizinischen labor ein bisschen ein paar flaschen also 1 2 3 flaschen menschliches blut zu günstig herzustellen dann dürfen wir stecken einfach die hand in die steckdose was kein menschliches blut natürlich habe ich das nicht geschafft so das ist ein kritischer also das ist menschlich wir haben ich habe nicht gesagt wir machen einfach 95 plus und 5 minus ist jeweils kritisch an sparen wir das rechnen ok ist eine ordentliche chance ok mit schammes erfolg ich habe ja also nicht du schaffst es eine flasche herzustellen bevor er das gerät anfängt zu rauchen und unangenehm zu riechen wir brauchen das eventuell später nochmal für andere zwecke ja gut dann gucke ich mir das ding wohl mal an okay dann würfel das ist unrettbar kaputt irgendwas scheint bei der wasserkühlung kaputt zu sein wahrscheinlich ist kühlflüssigkeit auf die grafikkarte getropft ich nehme eine flasche ich nehme eine flasche ich versuche mich später nochmal reinzuschleichen und schaue nach ob irgendwas wertvolles ist deswegen wäre 42 mal die 100 ne du weißt du weißt dass da nichts drin gibt ja stimmt was du weißt ich weiß ich weiß dass teil an sich nichts wert ist schleichen hat geklappt und schätzen hat auch klappt ok jetzt her gut dann gucke ich mal wie viel das ding wert ist es ist mindestens 21 geld wert ist es ist alles gut das ist man sieht ja hier der maximalpreis gewesen wäre ich verbringe es ich verbringen die die meiste zeit auf dem freizeitsdeck dort und macht dort und teile mir mein blut gut ein verdünn das ab und zu mal mit ein bisschen wasser das ist also ich ja ich trinke spiele und verbringe mich manchmal dazu und lasse einige klein fein gemahlene nägel in den ring purzeln alles klar gut die reise verläuft wie gesagt fünf tage etwa ohne großartige zwischenfälle auch so dass ihr eurer medizin anrichtung zerlegt habt aber da kann ich nichts für müssen mit leben ja das war dann bis dann plötzlich so gegen ja von eurer hauptzeit ausgehen so gegen 21 uhr ja gibt ein alarm ich hoffe der pilot ist an ich hoffe der pilot ist an auf der brücke und ich begebe mich in schnellem tempo ich springe an ich springe an ihr an die decke und 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 kletterer an der decke decke auf die brücke durch die durch die durch die tunnels und hier weil sowas mehr so so bewege ich mich am schnellsten voran ja alles klar dann würde ich erst mal sagen würfeln auf klettern das recht befürchtet dass ich das bisher nur gesagt habe ich schaff's locker easy als aber so was von linken du sprichst an die decke und rennst auf zwei beinen an der decke in richtung brücke und was genau dich da erwartet würde ich sagen finden wir nach einer kleinen pause raus ja das stimmt alles dann machen wir eine viertelstunde pause